Ich weiß, dem Jack ist immer so begeistert über unsere Anwesenheit, er sie ist. Hier, komm, wenn du das nicht magst, dann haben wir beide echt ein Problem miteinander. Jaja. Aber du musst das wirklich nicht tun, ich hab mir auch ein Dankeschön. So zundere Vibes oder so. Wenn man das so sagen darf. Genau, deswegen lass mich in Ruhe, das klappt alles. Das ist meine alte Kolonie, war ein großartiger Ort, um dort zu leben. Ist das nicht mal wahr? Oh. Ich gehe nicht ins Detail, okay. Ja, das ist für sich zu sagen, dass die Dinge schnell schlecht geworden sind und ich abgehauen bin. Was, wenn du ein armer Käpt'n wirst oder... Habe ich keine Angst, das wieder zu tun, wenn ich ein schlechter... Dann haut er wieder ab. Er sie ist. Und hier, mein Gartenerfreund, hockt die ganze Zeit hier davor. Und... Bist du was beschäftigt? Hm. Oh, das ist ja schön. Es ist von wegen das. Es gibt schon eine endlose Liste von Dingen, die getan werden müssen. Und ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, wie kleiner auch sein mag. Boah, dass ich mit dir reden kann. Der ist, das ist unser Alabaster, er sie ist, ist Fan von uns. Es muss schwierig sein, der Käpt'n zu sein. Erzähl mir, Fremder, was ist es? Ähm. Wie ist es, ein paar Meilen in deinen Schuhen zu laufen? Für mich selber ist mein Leben leicht und meine Tage sind voller Freude. Oh, ist das schön. Das freut mich. Freut mich wirklich. Okay, und wie auch immer, alles, also was er möchte, trifft genau mit dem überein, was die Konföderation möchte. Und wenn ich ausgehe, um Pflanzen in der Wildnis zu suchen, tut es mit meinem ganzen Herzen, wissend, dass meine, äh, mein Beitrag zu unserer Community weiterreicht, als ich realisieren könnte. Ich würde ihm gern was richtig Tolles schenken. Lavendel zum Beispiel, ne Daisy, aber die ist giftig. Rare? Hardshell? Weiß, jemand, der, ne, Pflanzen eigentlich. Peppermint vielleicht? Ne, Diesel? Magst du ne Diesel? Oh, ein Geschenk? Dankeschön. Deine, ne, ist sehr appreciated. Mein, äh, ne, funktioniert nicht so gut. Hirn. Dem schenken wir auch noch was. Crampy, Crampy, mein Freund. Nimm mal das. Ich hab keine Ahnung, ob du das möchtest. Das? Okay. Bin er da nicht so toll. Erzähl mir was. Was ist, äh, was ist, äh, ist mein Fell ein bisschen grüner als sonst? Bitte erzähl, bitte sag mir die Wahrheit. Ich hab den ganzen Morgen damit verbracht, in frischem Gras rumzurollen. Was? Achso, um genau für diesen Weg. Meine Erkenntnis bis jetzt, oder was? Grüne Farbe? Ja. Nervige Pollen in der Nase? Ja. Unsichtbarkeit? Leider nein. Noch nicht. Das tut mir leid. Ich würde es dir gönnen, dass du unsichtbar warst. Wobei das auch gefährlich ist für andere, wenn sie dich nicht sehen können. Ja. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt meine Mine noch 24. Die Tokens nehmen wir noch mit. Hast du noch irgendwas? Was? Was? Bottom of the Mine? Ah, oder? Niemals. Ich hab die... Okay, das war 24. Ach, das war der... Ähm... Irgendwas. Der hat ja... Meine Taschen sind noch voll. Nimm mal das. Meine Taschen sind... Ich muss nochmal zurück. Mit vollen Taschen ist schlecht, in die Mine zu gehen. Wir gehen... Glimmer? Was? Wem verdankt er die... Äh, meine, die Präsenz meiner... Äh, was auch immer. Was? Ich muss nicht länger sprechen. Ich hab eine Nachricht erhalten von jemand... Hinter... Und? Was? Fahr oder weit weg? Und ich darf sie nicht verpassen. Okay, kann ich dir irgendwas schenken, was du cool findest? Was hältst du von Wall oder einem Muret... Ne... Ein Wall. Stopp. Das da? Was für ein... Ah, wundervoller Glanz. Was für ein... Wundervolles Muster oder so ähnlich. Keine Ahnung, aber es hat... Er ist gefallen und jetzt... Kaufen wir noch unsere... Kaufen wir unsere Taschen leer, wollte ich sagen. Oh, Alabaster geht in den Tempel. Kann man mal machen, nicht? Ember. Auf meine Sachen. Äh, Sell Items. Essen noch nicht. Das... Warum soll ich das behalten? Niko Reis. Nimm alles. Kasperis. Das brauchen wir auch nicht behalten. Das wollen wir behalten. Stimmt, wir haben nicht sehr viel zum Heilen. Valerian. Valerian. Nimm... Nimm... Äh, Entschuldigung. Nimm es. Nimm diesen Valerian. Alle. Wow. Ziemlich guter Valerian. Moment. Nimm... Den Lavendel will ich nicht hergeben. Nimm die Daisy. Nimm den Käfer. Nimm die Motte. Ich fang neue. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Oh, schön. Die... Gar nicht so wenig. Nimm die Krabbe. Okay. Gut, und dann möchte ich gern deinen Shop. Ich brauche Zeug, um mich zu heilen. Hast du... Wow, die hat auch eine Powerpuff. Aber für 900. Also man kann sich diese schönen, ähm... Dinge, die einen stärker machen. Zusammen kaufen. Offensichtlich... Ich kann meine Tasche größer machen. Ach, man kann dann fünf von jedem tragen. So funktioniert das. Okay. 250. Hm, das geht leider nicht. Das ist natürlich auf jeden Fall was, was man ansteuert. Wir wollen Goldens... Golden Seal, um uns zu heilen. Noch irgendwas? Eine schwarze Rose. Was die niemand gern... Eine hässliche, verweckte Blume, die niemand gesehen will. Oh, gibst du ja eine Katze, um deine Beziehung zu beenden. Oh. Das ist ein schöner Schminderling. Den mag bestimmt der... Cool. Okay, okay. Das ist was für eine Deko. Cool. Musikdisk... Ach, was. Okay, ähm... Wir wollen aber... Was zum Heilen mit zwei Sternen. Okay. Ich kann... Warum kann ich nicht gleich mehrere kaufen? Warte, wie viel Platz haben wir jetzt? Wir haben... Das ist ein Stack. Okay. Das reicht. Das reicht. Wir kommen schon klar. Wir gehen in die... In die Mine. Es gibt nicht noch eine neue Quest, oder? Das war ja schon der Tag. Ich hab nicht oft genug nachgeguckt, muss ich sagen. Check back tomorrow... Tomorrow... Äh, Mine ist da oben. Na, vielleicht irgendein... Nimmer ist hier. Let's chatten. Das haben wir schon, oder? Nein, okay. Das ist eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung mit den Maulwürfen in der Höhle. Und ihre harten Arbeit, die Quelle von... Ah, seinen schönsten Edelstein. Edelstein. Sehr mächtige und... Frisch aus der Erde gehobenen Juwelen. In tiefen... Kannst du was ein... Ein bisschen die Zukunft... Ein Blick auf die Zukunft erhaschen. Okay, okay, okay. Wir gehen... Runter. Bäm, 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 bäm. Na, wir nehmen erstmal mit alles. Nicht wahr. Du schön Stein. Gut, wir gehen runter. Bäm, bäm, bäm. Ach, diese Musik, so. Könntest du auch so bei so... Ne, hallo, wie heißt es so? Weißt du, wenn du einfach so irgendwie Regen noch dazu oder sowas, dann wäre das doch richtig entspannend. So richtig schöne Einschlafmusik wäre das so. Oder Entspannungsmusik. Wobei, ich glaube, ich könnte dabei gut schlafen. So wie sich das hier anhört gerade. Das wäre... Hallo, kriege ich mal bitte? Ich will schon wieder Leiter sagen. Ich bin Stadio Valley geschädigt. Das tut mir leid. Meine Güte, hier ist es. Ich will mich nicht unbedingt mit den Fiechern anlegen, wenn es nicht sein muss. Wir gehen da weiter. Wir wollen möglichst schnell auf die 24 kommen. Wir brauchen nicht wirklich krass Edelsteine oder irgendwas. Ich weiß eigentlich, sollte ich das liegen lassen, gerade die Steine. Die muss ich nachher eh rausschmeißen. Uff, uff, bam. Das noch, kaputt. Nimm dies. Nimm das, du fürchterlicher Stein. Hau dich, kämpf mit mir. Oh. Großartig. Ach, das ist kaputt. Na, dankeschön. Ja, da kann man halt so ein Reparaturset, haben wir ja gesehen. Aber es kostet auch relativ viel, finde ich. Aber man kann es auch kraften, glaube ich. Wenn man diese Sachen dafür hat, könnte man. Vielleicht ganz nützlich. Es kann ja sein, dass auf tieferen Ebenen du gar nicht die Wahl hast, sondern nur kaputte. Wenn du mal... Dann kommst du ja eigentlich mal weiter. Dann müsstest du ja wirklich komplett rausgehen, wieder reingehen. Und nochmal dein Glück versuchen. Das wäre natürlich erstmal... Irgendwann können wir noch so... Task ready to turn in. Spelunking, was? Aber wir... Oh, wir müssen nicht auf Level 40 kommen, sondern nur 40 Level buddeln. Oh. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, wir können uns nicht 3 verdienen. Wir können uns 7 Task Tokens verdienen. Geil. Ich möchte mal gerne mal noch gegen so einen komischen Bär kämpfen. Gucken, was der gibt. Oh, wow. Der geht in die Luft. Macht der auch Zeug? Oh, das ging weit. Okay. Komm, komm, komm. Näher, näher, näher. So, der geht jetzt... Der macht doch richtig große Explosionen, ne? Guck mal. Praktisch, praktisch. Hätten wir uns eher mal mit anlegen sollen. So schwer sind die auch nicht, zu knacken. Und sie, ne? Räumen uns hier Zeug aus dem Weg. Die Leute haben wir natürlich trotzdem nicht... Doch haben wir, wir waren nur blind. Never mind. Wir waren blind. Weißt, wir könnten auch dieses Levelaufgabe weiter oben machen. Aber hey. Wenn wir schon gehen, können wir ja auch noch ein bisschen Edelstein sonst was mitnehmen. Wenn es brenzlig wird mit Leben und so. Gehen wir einfach. Aber ich muss essen. Warten wir mal noch. Pju. Komm her. Na, jetzt ist der. Wollt ihn. Aua. Der hat wehgetan. Der hat wehgetan. Lauf, lauf, lauf. Dann macht er mir die alle da unten kaputt. So, eigentlich ziemlich cool. Und da haben wir den Gang nach unten. Normale Steine können wir lassen. Es wird gone down. Die Fledermauser brauchen wir wirklich nicht. Zack. Zack, zack, zack. Bam, boom, padabam. Yeah. We're going down. Vor allem, das ist schön, dass die Missionen, ähm, ne? Guck mal, die haben ja gleichzeitig hochgezählt hier. Das war fertig. Und hier hast du aber trotzdem nicht... Oh, jetzt hätte ich was gecancelt. Alter. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht canceln. Wir wollen den Flug nicht canceln. Oh. Ähm. Können wir hier einfach anspringen? Okay. Gut, gut. Können wir gleich essen. Das ist ja also auch praktisch. Ich dachte, die, ne? Naja. Ja, die kann man sich dann halt schnappen. Die können ja nur gut... Stimmt, die können ja nirgendwo hin. Ich weiß zwar nicht, wie die dann überhaupt hier runtergekommen sind. Treppe runtergefallen oder so. Aber passt schon. Hey, wie wär's mal mit dem Gang nach unten? Ich möchte nicht mit dieser Fledermaus kämpfen. Ja, wir müssen gleich mit dieser Fledermaus... Dankeschön. Level 10. Hier wird's dann jetzt lustig. Wir haben ja gemerkt, dass die hier wesentlich mehr wert sind. Gab's auch noch Patch-Dinger, ne? Wir haben nur noch 54. Das reicht nicht, um sich das zu leisten. Aber ist ja jetzt erstmal egal. So und so und so und so und läuft, läuft's. Schön nach unten. Und dann kaufen wir uns noch ein... Das ist jetzt noch das Ziel. Irgendein Haustier. Weil das einfach cool ist auch, wenn man was hat, was einem so hinterher dackelt, ne? Oder wie bei WoW auch und keine Ahnung. Ach, da gab's auch so cool. Ich wäre so ein Fan von dieser... So kleine Sonnenblume oder was das? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war cool. Ich hab's geliebt. Ja, ja. Das ist so. So. Auf jeden Fall. Ich weiß, ich hab's schon gesagt, ne? Dieses Spiel ist so bezaubernd. So. Ich weiß auch nicht. Sadio Valley. Bisschen Animal Crossing so. Mit den Leuten, die einziehen können. Das ist fantastisch. Fantastisch. Wie viel brauchen wir noch? Noch 10. Okay, das dauert noch einen Moment. Aber wir schaffen es. Oh. So schaffen wir es erst recht. Ah, ja. Hier kann man wieder was in die Luft jagen. Das war jetzt nicht so viel. Bäm. Komm her. Komm her. Und. Komm her. Komm her. Da geht jetzt zwar nicht sehr viel dabei kaputt. Wir machen mal hier in der Zeit noch weiter. Irgendwas Interessantes? Ach so. Wir nehmen noch den Edelstein mit. So. Und dann gehen wir nach unten. Nicht wahr? Ja, bitte. Wir wollen hinunter. Da wird direkt was aufgescheucht. Sehr gut. Nicht, dass jetzt Steine liegen, ne? Müssen halt aufpassen. Dieses. Was war das? Eisen oder was? Das sieht ja quasi auch so aus. Ist aber nicht das. Ja. Den noch. Gibt es natürlich nicht. Die Tür. Mich merkt mal runter. Rüber, runter. Links und rechts. Ich habe keinen Bock, mich hier anzulegen. Aua. Gleich auffudern. Okay. Das noch ein bisschen heilen. So. Bitte geben Sie mir doch den Weg frei. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Bäm. 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 Noch mehr Bäm. Da gibt es glitzernde, kleine. Die sind auch schön in Reihe hier. Zack. Zack. Einfach oben nach unten. Unten nach oben. So. 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 Es wäre noch schön, wenn man dann auch irgendwie so ein Accessoire oder irgendwas haben könnte. Dass das Zeug automatisch aufgehoben wird. Weil auf Dauer ist immer dieses E drücken, immer dieses Aufheben ist schon nervig. Ich höre, dass man das so an- und ausmachen könnte, ob er alles... Äh. Entschuldigung. Ähm. Entschuldigung. Ah. Ich bin unfähig. Ob er, ne? So aufheben soll oder nicht. Dass man das so an- und ausmachen kann. Ein wenig. Wundervoll. Fantastisch. Wie viel brauchen wir noch? Ich mein, der sagt's uns auch. Noch fünf. Es ist quasi genau wieder bis zur 25. Da gibt's shiny, shiny. Bäm. Bäm. Wir wollen nur nach unten. Wir wollen uns nicht groß mit jemand anlegen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also ich sag so mal Bären-Ding, weil das ist ja ganz praktisch. Inventar ist voll. Dann schmeißen wir einfach mal ein paar Steine weg. Ja, wir droppen. Wir können doch nicht gedrückt hätten zum Droppen. Das ist auch so was. Muss jetzt wirklich... Das langsam runterzählen, so. Auch unpraktisch. Ein, zwei Sachen, ne? Die angenehmer wären, wenn sie anders wären. Oh, das ist kein Stein. Das war Eisen oder so. Bäm. 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 Noch einmal. Eine Schatztruhe. Wundervoll. Ähm. Das war Gold. Das ist noch viel wundervoller. Jetzt noch den Weg nach unten. Und wir sind wieder Freunde. Hallo. Entschuldigen Sie mal bitte. Entschuldigen Sie. Könnten Sie bitte, äh... Oh, das war noch eine... Entschuldigung, natürlich. Das Spiel hat das gewusst und wollte mich deshalb nicht... War das einfach nur eine Muschel. Das, äh... Das können wir hier lassen. Also eine Muschel muss ich nur wirklich nicht mittragen. Wir sehen, es sind nicht immer gute Schätze drin. Das ist wie bei Stadio Valley, beim Angeln. Halt nicht immer... Gut. Nicht immer. Nein, nein. Hallo. Kannst du mir bitte, bitte die Treppe geben? Treppe. Hallo. Oh. Soll. Noch den Schlüssel da. Oh. Okay. Da ist schon der Schlüssel. War ganz einfach. Weiß gar nicht, was ihr habt. Da ist immer so ein Bär. Aber das sind auch so... Da ist auch so ein, ne? Na komm, na komm, na komm. Ich warte jetzt kurz auf den. Und... Komm wieder runter. Komm wieder runter. Nein, komm wieder runter. Kommt der da jetzt nicht weg. Das ist so wie bei... Beim Fernseher. Früher bei den Fernsehern. Ne? Wenn... Du weißt schon. Dieses Menü... So. Jetzt geht hier mal in die Luft. Aber richtig. Nimmt er den... Oh, der macht dem auch Schaden. Gut. Der hat dem auch Schaden gemacht. Der hier ist on fire. Oh. Der ist schnell. Der ist schnell... Oh. Hallo? Kannst du bitte... Hallo? Jetzt bleib aber auch hier. Und dann gibt der nicht mal was Gutes. Komm her. Komm her. Komm her. Oh. Das war leichtsinnig. Gerade ein bisschen unnötig, dass ich da mich verletzt habe. Nein, bleib hier. Ach, guck mal. Da rechts ist ja so ein Symbol. Kann er hier zwei Treppen irgendwie finden. So, das geht in die Luft. Und wir machen den hier. Bäm. Und nichts. Nichts Spannendes ist dabei aufgetaucht. Nein, 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 nein. Und es ist der 9. Es ist fast 4 Uhr. Wir haben noch jede Menge Zeit. Gar kein Problem. Ich glaube, die Tage vergehen langsamer als bei Stardew Valley. Aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht den Timer... Eine Schlange. Äh, voilà. Ich werde das sowieso nicht aufheben. Ähm. Tun wir das mal kurz ein bisschen droppen. So. Wir essen... Wir haben nichts zu essen. Oh je. Okay. Das müssen wir... Müssen wir vielleicht doch nochmal gleich... Runter vielleicht... Also Schlange können wir ja vielleicht auch essen. Oh wow, die ist aber stark. Und wir sind vergiftet. Wieder hält das Gift. Sind wir jetzt tot? Können wir das, äh... Ja. Drei. Zwei. Eins. Wir sind nicht mehr vergiftet. Wir sind zu gut wie tot. Ich glaube, wir müssen... Vielleicht können wir ein Level noch schnell machen. Dann gehen wir halt nochmal hoch. Wir müssen jetzt nicht unbedingt runterkommen. Wir versuchen mal, ob wir hier noch... Dann sind wir gerade fix unterwegs. Bitte gib mir doch den Gang nach unten. Bitte ohne Gegner. Einfach nur kurz noch runter eins. Wenn wir jetzt hier uns schon geprügelt haben, unnötigerweise. Also, halbwegs unnötig. Ich wollte Zeit gemacht haben. Man lebt ja nur einmal, nicht? Lässt du mich bitte runter? Hallo? Ich will nicht mit dieser Fledermaus campen. Ich will nicht mit dieser Fledermaus campen. Ich will immer noch nicht mit dieser Fledermaus campen. Können wir bitte mal festhalten, dass ich hier alle Steine wegmache? Guck dir das an. Und ich kriege nicht den Ausgang. Hä? Die letzten beiden? Entschuldige mal. Okay, wir müssen jetzt einmal hochgehen. Nein, wir müssen hochgehen. Sage ich. Und dann... Wir haben quasi kein Leben. Gehen nochmal auf eins. Und dann gehen wir einfach nochmal kurz runter. So. Bam. Bam. Machen kurz die Mission fertig. Gar kein Problem. Ganz ohne Stress, nicht wahr? Brauchen wir jetzt noch einen? Habe ich recht? Ja. Ich kanzel. So. Wir müssen uns essen besorgen. Wir müssen uns heilen lassen. Hey, hey, hey. Das Leben ist schon hart, nicht wahr? Warte, uns heilen können wir ja. Da hätte ich ja nicht drauf warten müssen. Okay. Und? Und? Passen Sie auf? Tada. Tada. Ja. Ich habe... Complete Task. Yep. Yeah. Yeah. Ihre Belohnung für meine harte Arbeit. Und das Belunking. Was? Du bist gar... Also wir sind ganz dreckig. Ja. So fühle ich mich auch. Ganz schmutzig. Wenn ich dann... Ne? So dass dein Fell sehen ist. Sieht wirklich... Rauch mich aus. Dankeschön. Wie auch immer. Ähm. Ich kann in deiner Erscheinung gesehen, dass du getan hast. Und was ich dich gefragt habe. Und hier ist deine Belohnung. Nimm es, dass du dir verdient. Ich werde einen weiteren Job auf dem Board posten, wenn wir wieder... Deine... Deine Explorative. Deine Digga Explorative. Deine Buddel brauchen. Jetzt geh raus hier. Ich habe Arbeit zu erledigen. Von 69 können wir uns sicherlich nichts kaufen. Was wir... Was uns interessiert. Nein, überhaupt nicht. Die coolen Sachen kosten. Wir können uns einen Stein holen. Als Furniture. Nee, danke du. Okay, wir lassen uns jetzt mal heilen. Der sagt dann, oh nein. Wie konnte das passieren? Bla, bla, bla. Eine Teeling. Würde schön. Neun. Ach, diese Herzchen, die da aufgestiegen sind. Bleib gesund, sagt er. Ich habe... Ich muss arbeiten. Nicht wahr? Delitas. Nein, es gibt immer noch keinen. Ich weiß, es ist immer noch der gleiche Tag. Aber ich will. Ich will, ich will, ich will. Ich will, was ich... Oh. Mein Fehler. Mein Fehler. Warum sollte ich denn Steine mit mir rumschleppen? Gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal her. Äh, Sell Items. Die Steine. Oh nee, warte mal. Entschuldigung. Lass dich nicht stören. Wir könnten nochmal ganz kurz unsere Materialien nutzen. Ähm. Creedy Pong. Da brauchen wir noch Zeug. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Äh, das wollen wir nicht. Und das können wir nicht. Okay, wir können also nur das. Upgrade 1. Großartig. Yeah. Ich bin upgraded. Gehört uns schon. Ember. Rubin. Das ist unsere schöne Kupflampe ist jetzt cooler. Geht weiter. Ja. Wow. Das ist schon ein ordentliches Upgrade, würde ich sagen. Halt mal kurz auf. Äh, wir sellen. Jetzt können wir sellen. Bam, 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 bam. Ich hätte gerne ein Alles-verkaufen-Ding. Bam, bam, bam. Bam. Bam, 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 bam. So. Gold, na klar. Und Quarz. Ja, damit. 80. Lief. Wenn wir mal gucken, jetzt haben wir nämlich 223. Ich glaube, es gibt trotzdem nichts, was uns großartig interessiert. Die Augenklappe. Sollen wir uns die Augenklappe noch holen? Jetzt ist es eh fast vorbei. Wir können den Kapitän so und zwar nicht, aber wir können die Augenklappe. Guck mal, hier gibt's, ne? Weil die sind viel teuer, die... Teuer, viel teuer, viel teurer, viel teurer. Die Fissure. Wall Crystals, auch cool. Ne, okay, wir wollen die Augenklappe. Ja, bitteschön. Und jetzt haben wir noch 148. Das reicht nicht mehr für die Crystals. Bitteschön, ähm. Das haben wir auch noch... Das sieht einfach so falsch aus, ne? Das ist einfach so falsch aus.